Ja, hallo, ich begrüße euch zu meinem neuesten V-Lock. Dieser V-Lock ist immer noch eisige Kälte hier, deswegen drehe ich auch wieder sehr, sehr gerne innen. Und jetzt zeige ich euch, was bisher noch nie jemand da draußen gezeigt hat. Es hat jemand nur über whitepimpsplus.com, die Seite werde ich euch gleich mal repräsentieren, geschrieben und auch gefrauloggt. Aber es wurden noch nie auszahlungsweise datiert von whitepimpsplus. Hier seht ihr den Zahlungseingang vom Paypal und mittlerweile ist dieses Geld auch auf dem Bankkonto angekommen. Ja, ihr seht, whitepimpsplus zahlt zuverlässig aus und ich denke mir mal, dass ich jetzt auch mehr Leute begeistern kann, sich dafür zu registrieren. Hier ist, hier seht ihr auch wieder, Zahlungseingang von whitepimpsplus. Ja, und bisher habe ich dreimal von Emotian GmbH das Geld bekommen. So, das Ganze seht ihr auch nochmal im Account bei whitepimpsplus. Ähm, jetzt muss ich mich erstmal hier wieder abmelden. Ähm, das dauert etwas. Ähm, und bei whiteprimpsplus anmelden. Das wird jetzt auch etwas dauern. Ich hoffe, dass das aber, ähm, trotzdem irgendwie zügig geht. Ja, ähm, ähm. So, jetzt bin ich gleich im Account von whitepimpsplus. Und, ähm, ja, hier seht ihr die Staffelung des Umsatzes. Wenn jemand mitmachen möchte, werde ich das nachher unter meinem neuen V-Log präsentieren. Aber als allererstes Mal seht ihr hier aus diesem Account raus, ähm, die Statistiken, wie viel ausgezahlt worden ist. Jetzt, hier seht ihr die Statistik. Ja, und es wird einen Tag später meistens auch erst drei, vier Tage später aktualisiert. Je nachdem, wie viel Mitglieder bearbeitet werden müssen, weil, ähm, die Mitgliedschaften stetig, äh, wachsen. So, vielen Dank.